Hey ihr, da bin ich wieder und ich habe heute etwas besonderes für euch, beziehungsweise mal was anderes mal wieder. Und zwar ein ganzes Display mit Mystery Minis und zwar sind das hier die One Piece Mystery Minis. Gott, dieses Wort werde ich heute noch oft aussprechen müssen, glaube ich. Und das hier ist die Hot Topic Variante, die habe ich eben gerade von meinen Eltern geschenkt bekommen, weil ich habe heute Geburtstag und das habe ich mir gewünscht und ich wollte hier unbedingt die Hot Topic Variante haben, weil es nur in der kann es, weiß gar nicht, ob der hier an der Seite mal irgendwo drauf ist, nein, nur bei der kann halt der Ruffy in Gear 4 halt drin sein. Für die, die One Piece nicht kennen, die werden jetzt damit nichts anfangen können, was das halt ist, das ist, das erkläre ich jetzt nicht, weil das mir zu doof ist zu erklären. So, und nicht wundern, dass diese Packung hier schon etwas auf ist, weil ich habe nämlich eben schon das Video angefangen, dann gemerkt, ich habe etwas falsch gemacht und zwar wollte ich mehr oder weniger die ganzen Packungen hier aufreißen und dann ist mir eingefallen, Moment, sonst hast du gleich das Problem wie beim letzten Mal schon mal, ich glaube, das war dann eins dieser Herr-der-Ringe-Displays, das habe ich schon alles aufgerissen und für ein Thumbnail war das dann ziemlich doof, deswegen immer abgebrochen, aber ich habe jetzt keine Ahnung, weil es nur so weit aufmacht, ich weiß noch nicht, was für eine Figur hier drin ist, also werdet ihr jetzt noch ganz genau so überrascht sein, wie ich auch. Das ist, das muss jetzt sein und ich tue es einfach mal alles hier auf den Boden werfen, weil ich auch mal wieder vergesse, bei sowas hier mir eine Mülltonne zur Seite zu stellen, aber diesmal werde ich das Video nicht abbrechen. So, die erste Figur, die wir hier haben, ist ziemlich cool, passend zum T-Shirt, das ist der Zorro und ich glaube, diese kleinen Figuren, wenn ich diese so zeige, das könnt ihr gar nicht sehen, deswegen will ich jetzt hier sie einblenden, aber jetzt auch nicht jeder Einzelne, also wenn jetzt eine doppelt kommt, dann werde ich dann hier nichts machen. Ja, der Zorro, ziemlich cool und halt, guck mal hier, die erste Figur und da fehlt ein Fuß. Jetzt muss ich dann mal gerade, Moment, die Packung holen. Das gibt es doch nicht. Ich mach die erste hier auf und da fehlt ein Fuß. Das gibt es nicht. Es ist auch kein Fuß hier drin. Mir fehlt ein Fuß, der wird so nicht stehen können. Sehr enttäuschend. Da hat man Geburtstag, kriegt was Tolles und freut sich und dann fehlt der Fuß. Jetzt ist doch, ich gehe jetzt noch immer hier unten. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch, geht das hier blöd los. Da fehlt ein verdammter Fuß. Oh Mann. Naja gut, hoffe ich mal, dass er nochmal hier drin ist, weil der hat eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 12. Und das ist auch hier, abgesehen, ne Quatsch, es gibt nochmal eine Wahrscheinlichkeit hier von 1 zu 6. Also, er kann hier nochmal drin sein und ich hoffe es. Wieso? Wieso? Das ist doch, das ist, das ist Mobbing, ja. Das ist Mobbing am Arbeitsplatz oder sowas, keine Ahnung. Das ist doch scheiße, ja. Fehlt dem ein Fuß. Mann, ey. Wieso? Wieso überhaupt ein, wie kann denn ein Fuß abfallen? Er ist jetzt eben so ein kleines, weiches Teil wäre, aber ein Fuß. Mein Gott. So, was haben wir hier? Den Lysop. Den habe ich nämlich aber leider schon. Toll. Das geht ja hier richtig blöd los. Aber er sieht trotzdem cool aus, obwohl ich finde den Helm ein bisschen zu glänzen. Er hätte ein bisschen matter sein können. So, den stellen wir jetzt mal hier hin und machen mal weiter. Ja, ich bin übrigens der Meinung, dass diese Figur, die ich unbedingt haben will, weil die halt sehr, sehr dick und groß hier aussieht, dass die auch, naja, sich in der Verpackung halt auch relativ wenig bewegen müsste. Und das hier wird er auf gar keinen Fall sein, denke ich mal, weil nämlich hier ist noch sehr, sehr viel, wie sag ich das denn jetzt mal, Luft in der Verpackung. Ach Gott, dann fängt er hier ärgerlich an. Fehlt der Fuß. Ey, darauf komme ich nicht klar. Der hätte einen Schwertgriff abbrechen können. Jo, der hätte vielleicht von den Ohrringen bei dem was abbrechen können. Jo, aber ein Fuß. Wie kann man denn, gut, das ist ein Pirat, kann man jetzt sagen. Ist okay, wenn der keinen Fuß hat. Also nur ein Fuß. Aber das hat dieser Charakter nicht. Der hat halt beide Füße. Dem fehlt ein Auge. Wahrscheinlich zumindest. Man weiß es noch nicht, glaube ich. Ach Gott, der wird niemals so stehen. Das ist doof. Ich gehe nach Hause. So, was haben wir hier. Oh, cool. Die habe ich jetzt mal nicht. Das ist schön. Und die haben sogar beide Füße. Yay, geil. Leck mich am Arsch. So etwas gibt es auch noch, ja. Das hier ist die Nami. Und das ist die Navigatorin von der Strohhutbande. Und die sieht cool aus. Die gefällt mir. Auch wenn das Gesicht jetzt ein bisschen zu... ...kindlich ist, sage ich mal. Aber das haben irgendwie alle... Oh, bleib stehen. Bitte bleib stehen. Du hast zwei Füße. Haben irgendwie alle von diesen neuen Mystery Minis. Ganz egal von was. Irgendwie finde ich, dass die alle so... Also jetzt nicht schon von One Piece. Auch bei Herr der Ringe. Da war doch schon so. Die haben alle etwas ein zu kindlicheres Gesicht, finde ich. Keine Ahnung. Ist jetzt nichts, was mir jetzt so gut gefällt. Geht noch. Aber ich weiß, so früher, so von anderen Varianten, Serien und so. Das wollte ich sagen. Da sahen die noch nicht so doof aus. Da sahen die halt ein bisschen eher erwachsener aus, diese ganzen Figuren. Finde ich zumindest. Aber egal. Es ist One Piece. Das ist eh was Lustiges. Und es ist ein Anime. Ist jetzt nicht schlimm, wenn jetzt hier Charaktere dabei sind, die ein etwas kindlicheres Gesicht haben. So, was haben wir hier? Wie kann man hier so ein bisschen fühlen? Hm, wer könnte denn das sein? Das hier könnte... Moment. Das hier müsste die Robin sein. Weil ich spüre hier so einen Arm, der so ein bisschen abgeht. Und das ist nämlich auch die Pose, die sie halt hier hat. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Was auch noch cool wäre, wäre der Brook. Ah ne, guck mal hier. Das ist Sanji. Den haben sie übrigens auch ziemlich gut getroffen, finde ich, vom Gesicht. Der sieht cool aus. Ich hätte das auch cool gefunden, wenn der irgendwie so eine etwas kämpferische Pose hätte. Der kämpft ja mit den Beinen. Aber der ist trotzdem cool. Obwohl, lieber keine kämpferische Beinpose, weil wir wissen ja schon, mit Beinen haben die es hier nicht so. Und dann würde der Schwachsteinstein damit nur selber in den Arsch treten oder so. Keine Ahnung. So, weiter geht's. So, weiter geht's. Ach, das ist auch so viel. Diese Figur übrigens, die fühlt sich schon ein bisschen voller an, aber jetzt auch nicht so, als ob sie die ganze Packung halt ausführen würde. Das gab's übrigens bei diesen Cute-But-But-Deadly-Figuren. Da gab's den, äh, 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 jetzt mal dieser Worgen-Type da, der Greymane, äh, Graumann, wie heißt der auf Deutsch? Keine Ahnung. Der Anführer der, der Worgen, der war so breit in der Verpackung. Und zwar, übrigens, wenn ihr den, den haben wollt, den findet ihr locker. Und zwar ist der nämlich wegen seinen Armen so breit, dass der Wölbungen an den Seiten macht. Weil der einfach zu groß ist eigentlich für die Packung. Der ist super leicht herauszufinden. Also, wer den haben will, so findet ihr den. So, was haben wir hier? Oh, das ist, äh, ah, das ist er. Das ist der, das ist der, äh, 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 Brooke. Weil das merke ich direkt, weil der eine, äh, Krone hat. Und die ist natürlich oben sehr, sehr spitz. Den gab's, den gibt's auch als ganz mal ein Funko-Pop. Oder gab's den mal auf irgendeiner Convention. Ich glaube, das war letztes Jahr oder so. Cool. Da müssen wir aufpassen. Hoffentlich hat er, hat er alle Füße. Er hat alle Füße. Yay. Das freut mich. Der sieht cool aus, oder? Der, äh, Brooke. Ich muss gerade mal den Namen überlegen. Der, der, Brooke. Sehr coole Figur. Der gefällt mir auch mit der kleinen Tasse, die er in der Hand hat. Sehr geil. Der ist richtig cool. So, was haben wir hier? Der hier fühlt sich, hat übrigens eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 24, sehe ich gerade hier. Der fühlt sich auch so, na, fast, nee, nicht an wie er. Der fühlt sich noch ein bisschen mehr Platz in der Verpackung an. Also, etwas, etwas leichter, etwas, äh, luftiger, wollte ich gerade sagen. Das geht auch auf hier. Sträub dich nicht. Du hast eh keine Chance. So. Das ist einfach, wie sie sich unten mal hier mit, äh, extra Plastik hier eingepackt. Diese Dinger hier. Ja, das finde ich irgendwie super unnötig, weil, warum? Das macht nun wirklich gar keinen Sinn. Ist nur wieder richtige Verschwendung, ja. Also, jetzt mal, oder? Jetzt mal ohne Mist. Macht das irgendeinen Sinn, dass dann mal so Plastik-X, genau wie, äh, das hier. Das, das schützt doch auch nicht, oder? Ich meine, gut, jetzt hat man dann hier nur so ein bisschen Überraschungseffekt, aber trotzdem. So, der hier fühlt sich übrigens kleiner an, irgendwie, als die anderen. Was, was haben wir denn, denn, denn hier? Hm. Das hier? Keine Ahnung, wer das hier sein könnte. Hm, schauen wir doch mal. Okay. Ach, das geht auch schon auf, ja. Wir haben hier, ah, das ist die, äh, Robin. Guck mal hier. So sieht sie aus, mit der, ich hab die grad echt nicht eher fühlen können, obwohl die eigentlich mit, mit der Sonnenbrille und so, äh, ziemlich eindeutig hätte sein müssen. Okay. So, das war schon die erste Reihe hier. Machen wir weiter mit der, na, mit der zweiten. Und bisher, zumindest war noch, noch, äh, kein doppelt. Das ist gut. Ich hätte aber gerne den, den, äh, Zorro doppelt. Äh, doppelt. Doppelt. Ähm, weil, ihr wisst warum. Weil der keinen verfickten Fuß hat, ey. Mann. Oder nur einen. So rum. Das ärgert mich. Qualitätskontrolle. Funko, ja. Wir haben's nicht so mit Qualität. Deswegen kostet mir auch nur 2,50 Euro eigentlich. Äh, Gott. Na, komm, geh auf. So. So langsam könnte jetzt aber mal einer von diesen Exklusiven kommen. Jetzt muss mal irgendeiner, wobei, den hier, den habe ich. Zum Beispiel nämlich einmal, äh, bei Popculture, halt so, so eine Einzelbox bestellt. Hab ich so, oh, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab Glück. Und hat dann, oh Gott, wie heißt der nochmal? Das ist der Bruder vom, äh, Donkey, Shoto, Doflamingo. Aber der heißt Rosinant oder so ähnlich. Ich weiß es nicht mehr. So, was haben wir hier? Das haben wir. Hier haben wir. Ich spiele hier eine Hand. Hm. Irgendwas Stachliges. Das hier könnte Ruffy sein. Das hier könnte Ruffy sein. Weil der steht nämlich auch hier mit so einer Pose da. Und ich spiele hier eine Hand, die nach vorne geht. Ein bisschen stachligeren Kopf. Das könnte Ruffy sein. Und ich hatte, ich hatte recht. Es ist Ruffy ziemlich cool. Der sieht toll aus. Ich mag es auch, dass hier, bei dem der Strohhut so hinten auf dem Rücken hängt. Der ist cool. Der geht vielleicht mit. Der muss natürlich auch unbedingt noch dabei, weil es ist ja der Käpt'n der Strohhutbande. Den muss man ja haben. So, was war hier? Oh, das ist was, was ganz, 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 ganz kleines. Entweder ist das hier der Chopper oder der hier. Das ist der, äh, der Law. Aber als Kind halt, der hat eine Wahrscheinlichkeit übrigens von 1 zu 72 ist die seltenste, soweit ich weiß, glaube ich, von den Figuren. Aber da müssen wir ja schon wirklich verdammt viel Glück haben. Ich würde eher sagen, das ist der Chopper. Das ist halt bei den beiden auch ein bisschen mit dem Schütteln doof zu erahnen, weil der Chopper, also die sind beide klein, das heißt, die sind beide klein, äh, 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 leicht. Aber die haben auch beide so einen, so einen großen Hut noch auf. Und deswegen finde ich das sehr, sehr schwer zu erwackeln, sage ich mal. Welche Figur das ist. Der Chopper tut vielleicht wegen seinen kleinen Hörnchen, die er noch dran hat, wegen dem Geweih, noch ein bisschen mehr so nach rechts und links halt, äh, wackeln. Aber das ist halt wirklich, finde ich, sehr, sehr schwer zu erahnen, ob man jetzt den Chopper drin hat, der halt einfach eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 6 hat, oder den, äh, Law, der eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 72 hat. Aber zumindest spätestens, wenn ich jetzt hier die, das die in der Hand habe, dann müsste ich es eigentlich eher erkennen können. So, was haben wir hier? Es ist klein, es ist, es müsste der, äh, der, äh, Chopper sein. Doch, ich spüre hier die, äh, äh, das, das Geweih. Es ist auf jeden Fall der Chopper und ich hatte recht, er ist mir nicht runtergefallen. Tada! Er hat's überlebt. Er hat noch beide, äh, Geweih und beide Füße. Tja, Zoro, macht ihr mal Gedanken. Ja, der, äh, Chopper, ich finde, der sieht cool aus, weil bei dem passt auch dieses etwas kindlichere, niedlichere Gesicht, weil genauso ist er auch in dem Anime und, äh, das ist cool. Der hat auch noch so einen kleinen Rucksack hier auf dem Rücken, trägt ein, ein Gewehr. Ziemlich cool, finde ich. Das passt. So, der kommt knapp hier unten hin. Bleib stehen. Bleib stehen! Gott! Wenn man vorsichtig ist, dann klappt es auch. So, weiter geht's. Wir haben jetzt noch hier vier Stück und, uh, das hier fühlt sich, das hier fühlt sich ein bisschen, ein bisschen schwerer an, ein bisschen dicker alles, aber spontan würde ich jetzt trotzdem nicht sagen, dass es der Ruffy ist, weil, weil, äh, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie die Figur wirklich aussieht, wie groß der wirklich ist, äh, aber ich würde echt sagen, das kann der nicht sein, das ist irgendwas anderes, keine Ahnung. Was auch noch cool wäre, wäre der, äh, Frankie natürlich, weil, äh, der einfach auch eine coole Pose hat, aber der hat auch, auch so, so eine Pose, die halt auch so nach, äh, außen geht, also würde ich auch sagen, dass der halt nach rechts, links, naja, oder auch oben und unten, äh, je nachdem wie die Figur halt, äh, drin liegt, ähm, recht wenig wackelt und das trifft irgendwie, also, na, hier so nach, nach oben und nach unten wackelt der recht wenig, wer auch immer hier, hier drin ist, ach, ich weiß nicht, ja, wenn der Frankie jetzt so, also so hier drin liegt, dann könnte es sein, aber wenn ich jetzt so wacke, dann, ach, ich weiß nicht, machen wir einfach mal auf und gucken nach, ja, was, was soll das denn, denn hier, so, komm, geh auf, obwohl ich das ja auch mal so ein bisschen, äh, spannend bin, hm, also das führt jetzt hier ganz anders an, als ich es gedacht hätte, das hier ist auf jeden Fall wieder der, der Ruffy, okay, also der hätte aber eben mal ganz anders angefühlt, unsere erste doppelte, ein Ruffy, schade, was haben wir hier, oh, das ist wieder was, äh, äh, kleines, das könnte wieder ein Chopper sein, weil der hat nämlich auch nur eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 6, also ist die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit, äh, ziemlich hoch, dass man den in so einem Display auch mehr als einmal drin hat, auf jeden Fall war eine ganz, ganz kleine Figur, aber vielleicht haben wir ja Glück, vielleicht haben wir ja Glück und es ist der Law und, obwohl Glück ist dann, das ist halt, wenn ich jetzt einen von, von diesen Exklusiven hier drin haben sollte in dem Display, dann ist es auch nur die eine, also es ist, die Wahrscheinlichkeit ist, soweit ich weiß, niemals da, dass mehr als eine Exklusive drin ist und, äh, das wenn er dann natürlich, äh, weil ich ja was anderes haben will, ne, es ist auch der, ich, 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 ich wollte gerade sagen, gut, das könnte auch sein, aber ne, das hier ist wieder der, äh, Chopper, aber vielleicht habe ich ja Glück und in den letzten Beinen ist noch was drin, wird nochmal der, äh, Chopper, schade, so, jetzt hätte ich noch gerne einmal die, die ich haben will und auch einmal den Zorro, ja, oh, der ist schwer, also die Packung hier ist richtig schwer, aber das könnte natürlich auch der sein, den ich schon habe, dieser, wie hieß er nochmal, oh, ich glaube auch Rosinante oder, äh, irgendwas mit Rosa, keine Ahnung, ja, mit Pech, oh, jetzt habe ich schon die Verpackung da reingeschaut, ist egal, mit, mit Pech ist es der, mit Glück, wohlfisch ist aber noch einer von den, hier kann ja auch noch der, der Don Quixote Doflamingo drin sein und der sieht auch nach einer breiten und schweren Figur aus, aber schauen wir doch mal, auf jeden Fall ist das hier bis jetzt mit Abstand die schwerste Packung, also gucken wir doch einfach mal, so, aufgemacht, aufgemacht, so, was haben wir hier, es ist nicht die, die, die ich will und es ist der, der, der Rosinante, das gibt es nicht, jetzt habe ich den zweimal, das ist, das ist die, äh, eine der Exklusiven, die er hätte, äh, von den 3D drin sein hätte können, der sieht cool aus, keine Frage, der sieht richtig cool aus, äh, ich weiß jetzt nicht, was der Wert ist, wie viel der Wert ist, keine Ahnung, aber vielleicht habe ich ja Glück und ich kann ihn noch irgendwie gegen irgendwas, äh, cooles tauschen, schauen wir mal, und das hier, oh, obwohl, das hier fühle ich jetzt auch ein bisschen schwerer an, aber wie gesagt, exklusiv, soweit ich weiß zumindest, ähm, das ist schon ziemlich groß, äh, soweit ich weiß, können von den Exklusiven hier nur, äh, nur eine immer dabei sein kann, muss sogar nicht, aber kann, und, äh, es ist einfach unwahrscheinlich, dass der hier jetzt nochmal hier drin ist, äh, also das ist hier nochmal eine andere von den Exklusiven, ah, das ist ein bisschen, ein bisschen schade, dass ich jetzt eine kaputt habe und eine von den Exklusiven die, die Schnabe, und das hier ist, das hier ist auf jeden Fall zu 100 Prozent sein, sein, sein Bruder, und zwar der Donkey, 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 der ist cool, der gefällt mir auch, der ist, äh, das ist einer der, der coolsten Bösewichte, in der, also bisher zumindest im, äh, Anime, und, äh, es freut mich, den, den jetzt haben, den müsste es auch mal eigentlich noch jemand als, äh, Funko Pop geben, das wäre cool, ja, oh, wisst ihr mal, was, was richtig cool wäre, ein, ein One Piece Ride als Funko, naja, mit, mit einem der, äh, Stiff halt, das wäre richtig geil, ja, dann hier den noch, zuletzt nochmal zwei größere und schwerere gehabt, leider, äh, nix, also nicht das, was ich haben wollte, schade, äh, und was natürlich auch sehr, sehr schade ist, ist, dass dem hier ein, äh, Fuß fehlt, aber gut, äh, sei es drum, da kann man jetzt halt nix gegen machen, es ist schade, keine Frage, den hätte ich jetzt gerne, äh, noch mal ein zweites Mal drin gehabt, aber, äh, es sollte halt nicht sein, so, was fehlt mir denn noch, mir fehlt da noch, ähm, naja, mir fehlt noch ein, ein Zorro, der, äh, stehen kann, mir fehlt da noch der Law, äh, der Sabo, obwohl, ah, der hat auch nur eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu, äh, 72, aber zumindest nicht ex, äh, nicht exklusiv ist er hier, äh, kann der hier drin sein, sondern, sondern halt ganz normal, sag ich mal, und natürlich noch, äh, mein, mein Ruffy in, im Gear, Gear 4, den hätte ich gerne gehabt, gut, sollte heute nicht sein, vielleicht ein andermal, das hier war alles, das hier war jetzt die ganze Mystery, das ganze Mystery Mini Display, so rum, jetzt wird ein Schuh draus und es hat trotzdem natürlich viel, viel Spaß gemacht, alles auspacken und ich habe jetzt hier einige, einige, viele Figuren, die ich halt noch nicht habe, gut, den, den Shop habe ich jetzt insgesamt dreimal, den Ruffy, ist halt, also, weil ich ihn da hinten schon einmal hatte, schon zweimal, den hier habe ich jetzt doppelt, das ist cool, weil ich den jetzt dann versuchen werde, gegen was zu tauschen, was ich halt noch nicht habe und, äh, drücke die Daumen, vielleicht habe ich hier dann da Glück. Ja, ansonsten, sag ich mal, danke fürs Zugucken und wir werden uns auf jeden Fall in irgendeinem nächsten Video wiedersehen. Ich warte immer noch auf meine Loot Chests, da gab es übrigens Probleme bei der Loot Chests und zwar, äh, kann DHL so ziemlich alle Versandetiketten, die die ausgedruckt haben, äh, kann das System von denen nicht lesen und, ähm, das ist doof, weil ich warte schon seit Ewigkeiten darauf, dass ich die halt bekomme und leider tut sich auch beim Versandstatus überhaupt nichts, also wirklich gar nichts. Ich bin echt mal gespannt, wann die ankommt und ob sie vielleicht überhaupt kommt. Ich hoffe schon, also irgendwie wird es so kommen, wenn sie sie halt dann nochmal losschicken müssen. Ist gut, denn ich habe heute, wie gesagt, das Ding da hinten, das klingelt ununterbrochen. Ich hoffe, das hat mir jetzt nicht zu viel gehört während des Videos. Ja, wie gesagt, ansonsten vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und, naja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschö, tschö.